Ich bin Mathis Töhle, bin 19 Jahre alt und mache die Ausbildung zum Fachkraft- und Lagerlusten. Besonders gut an meiner Ausbildung gefällt mir, dass sie sehr vielseitig ist, dass man nette Kollegen hat und dass man viel lernt. Meine täglichen Aufgaben bei Rammers sind, LKWs abzubeladen, die Lieferscheine zu kontrollieren und das Ganze zu buchen. Hast du daran auch Interesse? Dann bewirb dich jetzt bei Rammers.com.